Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von Assetto Croso Ultimate Edition. Wir fahren mit dem Audi R18 e-tran Quattro auf der Nordschleife eine Runde. Und ich wollte sagen, abfahrt. Jetzt kommen wir auf 100% hier. Mit dem der Nordschleife der Nordschleife Aber bis zum Wiesn auf den Nürnberg ist auch nicht weiter schlimm. Wir fahren hier einen V12 Diesel und schon sehr beeindruckt, was der Audi auf die Strecke gebracht hat. Ich hoffe, dass es jetzt bei dem einen Fehler noch bleibt. Ich hoffe, dass es jetzt bei den Nürnberg ist. Es hat ja auch sehr schöne Elektromotor. Das wollte ich zusammen in Verbindung mit diesem Nürnberg eigentlich sehr gut an, finde ich. Ich muss auf diese Kurs aufpassen, dass wir da nicht so dalle drauf machen. Aber sonst kann das passieren, dass wir uns mal ganz schnell wegdrehen. Das war nicht so toll. Ich muss noch ein bisschen weit rauskommen, aber auch nicht weiter schlimm. Ich muss noch ein bisschen wegdrehen. Ich bin immerhin ein Porsche und dann 18, nein 990, heißt er, ich bin dann gefahren. Ähm, ja, ganz anders fahren, schön. Ja, warum? So ein Mist, ey. Okay. So, jetzt kommen wir an das Karusseo. 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 Also, jetzt machen wir an das Karusseo. So, jetzt kommen wir an das Karusseo. Ich kann auch schnell rausbauen. deswegen glaube ich schon mal diesen fahrzeug durch die kurven fahren können weil er so viel abtritt ist schon nicht so oh ich kann es ganz gut aie 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 das war auch mal gut oi 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 so letzte Kurve und haben wir auch schon die Runde fertig dann würde ich sagen bis zum nächsten Let's Play oder Let's Play je nachdem ähm machts gut lasst ein Abo da und ein Like, würde mich freuen machts gut bis zum nächsten Mal und tschüss